RW 101 – Die saubere Lösung Der RW 101 – Ein System zur hygienischen Reduktion von Lebensmittelresten in gewerblichen Küchen. Durch die kompakte Bauweise ist der RW 101 in Arbeitsstrecken integrierbar, spart dabei Arbeits- und Transportaufwendungen sowie Energie. Unterschiedlichste Reststoffe werden verarbeitet, von Kartoffeln bis zu Knochen. Der RW 101 zerkleinert alles. Der entstandene Speisebrei wird in einen Tank gepumpt und später in Biogasanlagen weiterverarbeitet. Die Bedienung ist denkbar einfach. Erstens Deckel öffnen. Zweitens Speisereste einfüllen. Drittens Anlage starten. Fertig. In einer Minute ist alles vollautomatisch zerkleinert und abgepumpt. RW 101 – Die saubere Lösung Made in Germany